So jetzt eine Roomtour von mir das Zimmer. Also hier ist ihre Zimmertür, das ist auch so Poster und so von Schlümpfen. Hier so Sachen, dann hier so was an der Wand, dann hier so pinke Wand, Hello Kitty, Wand, Bild. Dann ihr Hochbett mit Kuscheltieren, so ein weißes. Dann hier ganz viel Spielzeug. Hier hat mein Bruder Eisenbahn aufgebaut. Ja, dann sind hier Puppen, auch so welche, die aussehen irgendwie so wie eine Art Schlümpfe. Und hier so eine Decke eben. Und dann hier so eine Babyborn, eine Babyborn-Schale. Dann sind hier noch Puppensachen drin. Ja, ganz viele auch hier von Babyborn. Und dann ist hier so ein Puppenwaren, äh Bett. Mit so einem Zapf. Ja, so. Tragetüche. Was meinst du das? Ich hatte nämlich schon mal so eins, Leute. Ja. Hier so eine Puppe. Eine Puppe. Dann hier so ein Auto. Dann so ein Tisch. Mit Playmobil und so ein Haus. Ist so wahrscheinlich nicht von Playmobil, aber da ist Playmobil sozusagen auch drin. Ja, dann ist hier so ein Pferdestall. Dann sind hier Pferde mit Haaren. Tisch. Auch da Sachen drin in der Kiste. Dann hier so ein Sex. Eben. Dann hier so ein Pferdestall. Dann, ja. Dann, ja. Dann hier so ein Pferdestall. Dann, ja. Dann kommode. Topmodel. Ja. Dann hier drauf sind so viele Barbies und so. Meerjungfrau, 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 Meerjungfrau. Phillies. Phillies. Ja. Dann hier Schreibtisch. Hier ist schon CDs. Auch von Horseland und so. Pippi Plotzberg. Pippi Langschrumpf. Freundebuch, wo ich mich auch eingetragen hab. Monsterbank. Schrank, wo viele Bücher sind. Da viele Spiele. Und hier ist Schrank. Billifilposter. Und das hier hatte ich ihr nämlich mitgebracht. Ja. Und da oben auch noch Zeugs. Wie lang so.